Dieser Lewandowski? Tor für Bayern. Und was für ein Traumpass von Ribery. Da ist eigentlich gar kein Platz, aber der Franzose spielt den Pass über 20 Meter aus dem Lauf genau zwischen diese 40 Zentimeter, wo die Abwehr keinen Zufriff auf Lewandowski hat. Der nimmt den Ball auch noch super mit und lässt Hitz dann bei seinem zweiten Tor nicht den Hauch einer Chance.